Hi, heute schauen wir uns das überarbeitete BeQuiet Straight Power 11 Platinum Netzteil ein. Für alle die neu im Kanal sind, wir testen hier die Netzteile wirklich und verwenden für die Netzteiltests unsere eigene Chroma Teststation. Wie diese zum Beispiel auch bei den Netzteil Herstellern zum Einsatz kommen. Ich fasse dann im Video hier die Testergebnisse zusammen. Falls euch bestimmte Punkte interessieren, findet ihr diese in der Timeline. Kommen wir also zu dem neuen Straight Power 11 Platinum. Das ursprüngliche Straight Power 11 Gold war übrigens unser erster Netzteiltest Video das wir hier im Kanal hatten. Ich verlinke euch das Video auch unten in der Beschreibung. Aber seid vorgewarnt, die Audioqualität von damals ist nicht besonders gut. Einen Link zum alten Artikel findet ihr auch in der Beschreibung. Die Straight Power 11 sind keine Revolution, sondern eher eine Evolution. Deshalb hat BeQuiet wohl den Namen, also die Bezeichnung E11 beibehalten und die Netzteile nicht E12 genannt. Diesmal haben wir auch wieder die Version mit 750 Watt Leistung und können damit die Netzteile auch miteinander vergleichen. Die Spezifikationen sind nahezu identisch. 4 12 Volt Leitungen, also Multi-Rail. 12 Volt 1 und 2 bieten 20 Ampere. Rail 3 und 4 jeweils 24 Ampere. Beziehungsweise insgesamt 62,5 Ampere. Kombiniert bietet das E11 Platinum auf 3,35 Volt 130 Watt Leistung. Das ist mehr ausreichend und auch mehr als heute üblich. Die alte Version bot aber 140 Watt. Eine technische Änderung gibt es. Die neuen E11 Platinum entsprechen dem ATX 2.51 Standard. Die alte Gold Version war noch ATX 2.4. In der Praxis sind die Auswirkungen davon aber eher minimal für euch. Der größe optisch auch sichtbare Unterschied ist, dass die E11 Platinum mit 160 mm Länge nun 1 cm kürzer sind als die alten E11 nur mit Gold. Und die Position der modularen Anschlüsse hat sich auch etwas verändert. Die Schutzschaltung haben auch etwas andere Abschaltpunkte. Bei Überlastung schaltete die OPP bei 1023 Watt ab. Beim Vorgänger waren es noch 982 Watt. Damit bietet das neue etwas mehr Spielraum. Die Spannung auf der 12 Volt Leitung fällt auf 11,96 Volt herab, also nur um 0,15 Volt und ist damit unbedenklich. Die OCP, die Absicherung vor ZUBO und Ström schaltet bei Überlastung der 12 Volt Leitung das Netzteil bei 1005 Watt ab bzw. 84 Ampere. Also nur geringfügig unterhalb der OPP. Die Spannung fällt sich auch hier ähnlich und fällt auf 11,97 Volt herab. Die OCP auf der 5 Volt Leitung schaltet bei 41 Ampere und auf der 3,3 Volt Leitung bei 39,5 Ampere ab und bietet damit mehr als ausreichend Spielraum. In beiden Fällen bleibt die Spannung davon unbeeindruckt. Typisch für ein Netzteil aus dem gehobenen Segment reagiert das E11 Platinum auf Kurzschlüsse unproblematisch. Hier gibt es auf keiner der relevanten Leitungen etwas zu bemängeln. Kommen wir aber nun zu dem größten Unterschied, der auch sozusagen in die Bezeichnung hin eingeflossen ist, der Platinum Wirkungs. Wir beginnen mit 115 Volt Eingangsspannung und überprüfen das 80 Plus Zertifikat. Zu Platinum hat dem alten Straight Power 11 Gold eigentlich nicht wirklich viel gefehlt. Das Netzteil war schon beinahe Platinum und eine signifikante Veränderung gibt es beim neuen E11 Platinum bei geringen Lasten. Hier agiert das Netzteil deutlich effizienter. Man sieht ja regelrecht einen Knick. Zwischen 10 und 20% Last streift das neue Netzteil sogar Titanium Werte. Und erreicht den höchsten Wert bei 30%iger Last mit einem Wirkungsgrad von 92,8%. Ab 50% Last fällt dieser aber wieder auf Platinum Niveau herab. Bei der für uns in Europa wichtigeren 230 Volt Eingangsspannung wird der Verlauf etwas flacher. Der höchste Wirkungsgrad mit über 94% liegt zwischen 30 und 50% Last. Das E11 bleibt auch hier kontinuierlich über den Anforderungen für das 80 Plus Platinum bei 230 Volt Eingangsspannung. Bei geringen Lasten bis 100 Watt ist der Wirkungsgrad ganz gut. Kommen wir zum Spannungsverhalten des neuen E11 Platinum. Bei der Spannungsregulation bleibt der Spannungsabfall auf den 12 Volt Leitungen. Insgesamt etwas über 1% auf 3,3 und 5 von sind es 2%. Insgesamt keine schlechten Ergebnisse und deutlich unterhalb der 5% Grenze der ATX Spezifikation. Aber für ein Netzteil der gehobenen Klasse eher durchschnittliche Ergebnisse. Verglichen mit dem Vorgänger schneidet die Platinum Variante sogar etwas schlecht ab. Jedenfalls auf der 12 Volt Leitung war der Spannungsabfall bei der Gold Version unterhalb 1%. Bei Crossload Lasten, also unterschiedlichen Belastungen der verschiedenen Leitungen, verhalten sich die Spannungen ähnlich. Kommen wir zu der Restwelligkeit. Auf den 12 Volt Leitungen liegt hier die Restwelligkeit zwischen 6mV und maximal 52mV. Man sieht, dass die Restwelligkeit auf der 12 Volt 1 Leitung deutlich bei den anderen Leitungen liegt. Das ist durchaus typisch für Multiluiden Netzteile. Erlaubt sind laut ATX Spezifikation 120mV, somit sind die Ergebnisse aber trotzdem gut. Auf 3,3 Volt sind es 17mV bis maximal 35mV und auf 5 Volt Leitungen sind es 13 bis 25mV. Beide Leitungen liegen deutlich unterhalb der zulässigen 50mV Grenze. Die Ergebnisse sind in Ordnung, aber nicht überragend. Kommen wir zu der Lautstärke. Hier gibt es sozusagen eine Verschlimmbesserung. Wir haben zwar immer noch den guten Be Quiet 6-Bowl Lüfter verbaut, aber deutliche Unterschiede bei der Lüfterstellung der beiden Straight Power 11 Netzteile. Während die Platinum Variante bis 375 Watt Last unterhalb von 300 Umdrehungen pro Minute bleibt, dreht der Lüfter der Gold Variante schon bei 225 Watt auf. Interessant ist aber was danach passiert. Während das alte Modell eher moderat den Lüfter hochdreht und bei 750 Watt Last maximal bei 800 Umdrehungen bleibt, dreht die Platinum Version viel schneller auf und dreht bei Volllast mit über 1000 Umdrehungen pro Minute auch stärker auf. Die höheren Drehzahlen bei Volllast wirken sich aber auch auf die Temperaturen aus. Während die alte Gold Version bis zu 95 Grad Celsius im Test erreicht hat, sehen wir bei den neuen Versionen maximal 86 Grad. An den Kabeln oder den Gehäuse erreicht das Netzteil bei Volllast bis zu 36 Grad Celsius, das ist unbedenklich. Somit bewegt sich das Netzteil bei den Temperaturen durchaus nur im normalen Bereich, die erhöhten Temperaturen am Trafo im Inneren des Netzteils sind auch unbedenklich. Kommen wir zum Fazit. Es ist nicht alles Platinum was glänzt und die überarbeiteten Straight Power Platinum Netzteile können zwar im Test überzeugen und das Fazit von damals bzw. unsere Empfehlung bleibt eigentlich unverändert. Der versprochene Wirkungsgrad wird auch geboten und bei geringen Lasten ist das Netzteil auch sichtbar effizienter. Aber verglichen mit dem Vorgänger ist das E11 Platinum nicht in jedem Punkt besser. Der Wirkungsgrad der Gold Version war bereits fast auf Platinum Niveau. Somit ist die Verbesserung sichtbar, aber in der Praxis ist der Unterschied bis auf einige Bereiche eher gering. Die Spannungsregulation ist nur durchschnittlich und sogar geringfügig schlechter als beim Vorgänger. Die Lautstärke ist ein zweischneidiges Schwert. Bei geringen Lasten bleibt das Netzteil länger im niedrigen Drehzahlbereich. Der Lüfter dreht aber dann bei Volllast stärker auf als die alte Version. Verglichen mit anderen Netzteilen aber immer noch sehr leise. Abschließend bleibt das Straight Power 11 Platinum, ein solides Netzteil mit dem der Käufer nicht viel falsch macht. Besitzer der alten Straight Power 11 können aber die Platinum Version vollkommen ignorieren. Es bestehen zwar hier und da geringe Unterschiede, aber diese sind minimal. Ich würde auch persönlich sagen, wenn ihr die alte Gold Version zu einem attraktiven Preis bekommt, greift zu. Damit sind wir am Ende des Tests. Falls ihr noch Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Netzseite. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. なく bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. ip romGerris km. omie ist darin mit determ St. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.